Christian Drosten sollte sich heute vor Gericht verantworten und zwar auf Schadensersatz gegenüber einer Berliner Karaoke Bar, die durch Lockdown-Maßnahmen zu Schaden gekommen sein soll. Und Christian Drosten soll dafür verantwortlich sein, weil nur er die PCR-Tests erfunden und verbreitet habe, die aus einer Schein-Pandemie eine Test-Pandemie gemacht haben sollen, die in Wirklichkeit nicht existiere, weil es diese Krankheit nicht gäbe oder was auch immer. Weil wir kennen diese Argumentation, sie hat ein bisschen Patina, aber tatsächlich sind noch heute Leute damit unterwegs und versuchen vor Gericht diese Argumentation durchzusetzen oder eben auch nicht. Denn wie Herr Füllmich, der die Karaoke Bar vor Gericht in Berlin vertrat, passiert jetzt tatsächlich das, was hier steht, nämlich die Masken fallen. Es zeigt sich jetzt das wahre Gesicht, der Hintergrund dieser Gerichtsshows oder Aktionen. Es gab ein Urteil und zwar ein Versäumnisurteil gegen den Kläger, denn der klägerische Anwalt Dr. Rainer Füllmich hatte sich geweigert, eine Maske aufzusetzen. Und das war jetzt wahrscheinlich vorhersehbar. Es ist ihm auch nicht zum ersten Mal passiert, wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Nächste Woche ist ja der nächste Gerichtsprozess in Berlin angesetzt. Da geht es gegen den Volksverpetzer. Aber was man jetzt hier sieht, ist, dass es den Querdenkern nicht um eine Argumentation in der Sache geht. Dafür sind die Argumente auch viel zu unsinnig. Wir haben darüber schon mal ein Video gemacht. Es geht eigentlich nur um eine Aufmerksamkeit, darum irgendetwas zu tun, weil es Anhänger gibt, die sagen, man muss doch etwas tun gegen diese Pandemie. Ich glaube nicht daran, dass es die wirklich geben kann. Ich weiß, Argumentation vom letzten Jahr. Aber die Gerichte brauchen eine Weile und Herr Füllmich kann ja nicht einfach die Klage zurücknehmen. Was er allerdings gemacht hat, ist, er hat schon vor Wochen, Monaten vorgebaut und seine Anhänger darauf vorbereitet, dass die klägerischen Argumente vermutlich nicht so richtig gut verfangen werden. Entweder, weil man festgestellt hat, dass es doch eine Pandemie gibt oder dass PCR-Tests einen gewissen Nutzen unter bestimmten Umständen haben können. Das kann man natürlich nicht zugeben, wenn man weiterhin darauf angewiesen ist, seine Anhänger zu mobilisieren, entweder die Basis zu wählen oder Spenden abzuliefern oder eben Mandate zu erteilen. Herr Füllmich hatte schon eine Begründung, warum es sinnlos ist, vor Gericht zu gehen. Man kann sich natürlich fragen, warum macht er es dann noch, warum zieht er diese Prozesse dann durch? Er sagte also, dass die Justiz nicht in der Lage sein würde, diese Fake-Pandemie zu entlarven und aufzuklären. Das ist jetzt nicht so überraschend, ehrlich gesagt, das hatten wir schon vor einem Jahr öfter gesagt. Das ist ziemlich verrückt, es zu glauben, dass die Verschwörung ausgerechnet bei der Justiz halt machen sollte, wenn sie denn so global ist, dass ausgerechnet die Justiz diejenigen sein werden, die dann auf die Argumente hin aufdecken werden. Jawohl, das war eine Verschwörung von Herrn Drosten mit dem Rest der Welt, der WHO und es fällt ihm schwer, diese Argumente ernsthaft vorzubringen. Und Herr Füllmich hat also daher vorgetragen, dass man spätestens seit dem Weimarer Urteil, wo also ein querdenkender Richter versuchte, Schulmaßnahmen auf Grundlage des 1626 BGB Kindeswohlgefährdung zu kippen, dass sich seither keine Richter mehr trauen würden, gegen staatliche Maßnahmen oder gegen wissenschaftliche Standards vorzugehen. Ein Glück könnte man sagen, aber ich glaube nicht, dass es dafür den Weimarer Richter brauchte. Ich glaube, dass die Rechtsprechung schon vorher eigentlich stabil genug war, um wissenschaftliche Argumente durch Sachverständige oder auch durch logische Denkgesetze zu verstehen. Und dass natürlich diese Klagen, die Herr Füllmich in Deutschland oder auch in anderen Ländern über Kollegen anhängig gemacht hatte, keine Aussicht erfolgt hatte. Und ich glaube, Herr Füllmich ist Anwalt genug, dass er auch vorher schon wusste, dass das unsinnig war. Aber man kann ja schlecht Mandate akquirieren und gleichzeitig sagen, gib mir Geld, ich erhebe eine Klage, die wird aber wahrscheinlich unsinnig sein. So bleibt ihm also nur zu sagen, dass jetzt also die Masken fallen und zwar nicht seine, sondern die des Gerichts. Und das Gericht würde jetzt hier also offenbar offenbaren, dass man Masken tragen muss und dass man ernsthafte Beweise vorlegen muss. Und darauf hat er Füllmich keine Lust und deswegen hat er den Gerichtssaal verlassen. Es kam zu einem Versäumnisurteil. Wie geht es dann weiter gegen ein Versäumnisurteil? Kann man Einspruch einlegen? Dieser Einspruch wird in der gleichen Instanz verhandelt. Das heißt, es wird im Grunde genommen wieder neu verhandelt. Es wird also geladen zu einer mündlichen Verhandlung. Da kann man dann wieder von vorne anfangen. Sollte auch bei diesem Termin der Kläger nicht durch einen Anwalt auftreten oder verhandeln, zum Beispiel weil er sich weigert, eine Maske anzulegen, dann kommt es zu einem zweiten Versäumnisurteil. Dann spart sich Herr Füllmich auch hier die sachliche Auseinandersetzung und auch das Gericht braucht dann nicht näher auf die Argumente eingehen. Dann kommt es also einfach zu einer Klageabweisung wegen Nichterscheinen. Dazu müsst ihr aber auch nicht hinfahren. Da könnte er im Grunde genommen auch einfach gleich zu Hause bleiben. Gäbe es eine Entscheidung in der Sache, würde sie vermutlich nicht anders aussehen. Ich habe die Klageschrift in einem früheren Video auch schon mal analysiert. Wir sind gespannt, wie es in der nächsten Woche am Donnerstag ausgehen wird. Da wird nämlich auch vor dem Landgericht Berlin verhandelt zwischen Füllmich als Klägervertreter für Dr. Wolfgang Wodag, der verklagt nämlich den Volksverpetzer, weil er der Meinung ist, Herr Wodag, dass durch einen Artikel im letzten Jahr die Reputation von Herrn Wodag so sehr beschädigt worden sei, dass dieser jetzt einen materiellen Schaden habe, also weniger Geld verdient beispielsweise. Und da gibt es allerlei Argumentationsmaterial. Eine Ad hominem Argumentation liegt da im Grunde zugrunde. Sie basiert darauf, dass Herr Wodag ein ehrenwerter Mann ist und deswegen nicht im Unrecht sein könnte. Und deswegen kann es doch nicht sein, dass der Volksverpetzer Herrn Wodag unterstellt, er habe hier und da die Unwahrheit gesagt. So, das sind also die Querdenken-Quatsch-Jura-Argumente und Rechtsstreite, die gerade verhandelt werden. Ist es spannend, das weiter zu verfolgen? Nun ja, in der nächsten Woche werden wir sehen. Da könnte es tatsächlich durchaus sein, dass man ernsthaft über einzelne Äußerungen streitet. Das Gericht hatte zwar schon vor einigen Monaten einen Hinweis an Herrn Füllmich erteilt, dass die Klage, so wie er sie eingereicht hat, nicht funktionieren kann, weil er die Anträge nicht richtig formuliert hatte. Ich hatte auch dazu schon mal ein Video gemacht. Er hat inzwischen umgestellt, einige Anträge umformuliert. Mal schauen, ob sie jetzt besser funktionieren. Ich werde mir die letzten Schriftsätze auch nochmal ansehen. Und nochmal, ich bin nicht der Anwalt des Volksverpetzers, aber ich habe großen Spaß daran, mir die Argumente von beiden Seiten anzuschauen und zu kommentieren. In diesem Sinne, bleibt gesund!